Über eine halbe Million jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit in Transitlagern der amerikanischen Belastungszone. Bermann, David, Jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur. Was brauchen die Deutschen momentan am dringendsten? Wäsche. Wir werden aufmachen, einen Wäschengroßat. Leute, ich bin dabei. So, Ende der Vorstellung. Als Projektionist ist eine Katastrophe, aber als Verkäufer genial. Mit welchen Trägern arbeitet er? Er hat Schuldgefühle bei den Deutschen. Schuldgefühle bei Deutschen. Teilachen ist eine Kunst. Was zählt, ist die Show. Wir beide sind hier im Auftrag Ihres Arbeitgebers der Bahn. Diese Aussteuerpakete kosten normalerweise 1300 Mark. Ihr Arbeitgeber, die Bahn, hat sich bereit erklärt, 400 Mark dazuzulegen. Morgen geht's nach Sektbach. Was ist ein Sektbach? Die Postlein. Das wird immer verrückter. Reine. Was? Auf der Späne. Sie sind Arzt? Ja. Ja. Zahlen Sie gleich oder aufstottern? Wir sind die jüdische Rache. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das hier kein Spaß ist und gravierende Folgen für sie haben kann? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Sag dir, der ist erst mal am Rande. Das macht ein Gras. David, wir müssen Klartext reden. Da bin ich ja mal gespannt. Bis jetzt haben wir dir vertraut. Was machst du hinter unseren Rücken? Hattest du was mit Nazis zu tun? Ich habe dir doch gesagt, du sollst bei Marian bleiben und aufpassen, dass die Deutschen hier nicht reinkommen. Die Deutschen sind misstrauisch und wenn die Juden kommen, kann es besonders. Hitler ist tot, aber wir leben noch.